freunde john pittker der penner und ich bin schon fast dort der kann alles abwehren und ich muss immer voll krass kämpfen hier ich drücke alle tasten und der kann irgendwie auch dann dreimal angreifen ich muss immer tausendmal probieren er liegt auf dem boden konner bringt um so zack einmal sagt zweimal so jetzt kriegst du auf konner doch mal an du licht ich ja kommen kommen wir führen noch zu den anderen dauer soldaten darunter dann wird es noch lustiger das ist doch das ist doch nicht wahr im zweiten teil wo du spielst da konntest du wenn er so kurz auf dem boden lag kunst du die folge oft angreifen erzio war das scheißegal der wollt alle umbringen und und konner will zwar auch alle umbringen aber der sagt sich nein der arme mann der liegt ja auf dem boden ich greife den nicht an so hier schöner finisher mitten feilen ins knie so jetzt hatte ich wieder die klappe warum hast du das getan um adams und hancock zu schützen und ihre dienstherren du wolltest sie töten sie töten bist du verrückt ich wollte nur verhandeln es gab vieles zu besprechen zu erklären dem hast du ein ende gesetzt wenn das die wahrheit ist überbringe ich ihnen deine letzten worte sie müssen die waffen niederlegen sie müssen den krieg beenden warum sie und nicht die rot rücke glaubst du wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten solche dinge brauchen zeit wir hätten erfolg gehabt hätte ich meine rolle erfüllt die rolle des puppenspielers besser wir halten die fäden als ein anderer nein es sollte keine fäden geben alle sollten frei sein und wir alle sollten in luftschlössern leben du führst deine klinge wie ein mann aber du redest wie ein kind ich liebe euch ja jetzt heißt es bestimmt hauen sie ab bevor sie sterben und deshalb werden noch mehr sterben und damit ist jetzt wie gesagt damit ist der zweite tot und da kommt natürlich noch mehr rot röcke ich liebe euch ja jetzt heißt es bestimmt hauen sie ab bevor sie sterben was auf jeden fall passieren wird so viele patrioten sind wieder gestorben verletzt tot wie kannst du dich so an mich anschleichen warum haust du nicht ab und hilfst beim abbau des lagers und du das nicht noch einmal hörst du gottverdammt general partner du lebst das kann man von pitca nicht behaupten so schätze ich aber das ändert nur wenig ich gab befehl zum rückzug wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen wenn die loyalisten den hügel wollen sollen sie ihn haben der post ist weit wichtiger naja es gibt ein größeres problem meinst du das oh ein brief von diesem pitca nicht okay mal gucken was da drin steht das kann nicht stimmen die wollen washington ermorden auch du scheiße unseren lieben guten george washington wollen sie morgen ob der so gut war ist natürlich gage jetzt dass sie den umbringen wollen erinnerung synchronisiert sequenz 7 beendet sehr schön sehr schön das finde ich toll boah das war gerade mein magen ich hoffe den hat man gerade nicht auf der aufbahnmüge gehört meine feinde sind hartnäckig wenn geld nicht ausreicht greifen sie zu gewalt inzwischen habe ich johnson und pitca erledigt ihre pläne durchkreuzt george washington versammelt die kolonisten und ihr marsch in die freiheit wird langsam ernst kein wunder für wahr dass die templar sein tod wollen sie wollen dieses land verwandeln in etwas kaltes und geordnetes in etwas seelenloses und er ist ein hindernis ich muss ihn treffen auf das sein traum wahr wird und mein volk sicher ist doch je mehr ich helfe desto größer ist die gefahren weg zu werden die templar wähnen ihre männer ein opfer der revolution in ihren augen sind die assassinen tot und zerschlagen keine bedrohung für sie doch ich fürchte sie erkennen bald die wahrheit und dabei auch mich ich muss vorsichtig sein bei mir wirst du so immer gesehen konner also brauchst dir keine sorgen machen sequenz an devonport 1776 wie verläuft die jagd konner es gibt fortschritte doch ich bezweifle dass das reicht du bist wo man dich am meisten braucht dass du charles lee oder dein vater verfolgt was wäre dann mit paul revere oder den soldaten in lexen soldaten es gab keine soldaten in diesen städten nur männer und frauen die sich selbst verteidigen mussten jetzt nicht genau deswegen und dann folgt zu beschützen dein kampf ist der kampf der kolonisten ist bis zu den anderen er hat er recht ermutigende worte von einem der diesen kampf für aussichtslos hier kraft hat 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 macht ihr nichts vor das ich noch und doch fühlen mich denn erfolge mit etwas stolz wo sollte ich deinen anteil daran sehen sieh ihn nicht und gib den umhang zurück und die klingen und die pfeile und und all die jahre der ausbildung und das wissen dass ich dir anvertraute gib mir all dies zurück dann werden deine worte vielleicht wahr oh man der weite ist doch gar nicht so oder gib einfach zu dass du dich geirrt hast ach kind bitte du tötest zwei männer einer eher ein kaufmann als ein soldat da musst du dich mehr anstrengen wenn du mich beeindrucken willst ach ist das so alter man warum gehen wir nicht vor die tür ich würde dir nur zu gern demonstrieren wie das ist benjamin talmich sein vater war einer von uns kein grund für geheimnisse ich glaube er hat uns etwas zu sagen achillus sagte mir dass du einen plan zur ermordung des commander in chief entdecktest ja aber ich habe nur falsche ansätze und sackgassen gefunden nicht mehr mein freund Thomas Hickey ist dein mann ich will dir helfen ihn zu schnappen ich erklär's dir auf dem weg du und ich ziehen nach new york oh nach new york new york new york new york ach cool jetzt geht's ab nach new york und der ich glaube wir waren ein bisschen zum fies zu dem achillus gewesen weil er hat ja eigentlich recht all das was connor kann hat er halt durch achillus und da hat connor ein bisschen zu blöde reagiert finde ich ich kann doch hier immer dieses geschäftsbuch reingucken warte mal jetzt mal kurz gucken bieber pelz das kann ich jetzt verkaufen und das kann ich das habe ich vorrätig warte mal bienenwachs kann ich kaufen warte mal herstellung mal gucken und wer ressourcen handwerker was habe ich für handwerker was kannst du mir denn mal machen warte mal wald holzkohle vorrätig ich hatte mal komm es ist mir auch zu blöd wenn man heute doch nicht da muss ich mir das mal angucken wie das noch mit diesem siedlungsaufbau noch mal funktioniert habe ich ein bisschen gepennt gefällt mir das zu sehen und was haben wir denn hier mit of wird egal ich möchte einfach mal noch mal zu denen zu summen lagern gehen mir was kaufen warte mal er hängt unter interagieren und zwar halt 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 mir hat jemand gesagt mir hat jemand gesagt dass ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit dem mit dem schiff mal fahren soll aber was mache ich noch nicht ich will nämlich hierhin neue siedlungsmissionen neue anwohner neue bewohner für meine siedlung ich komme liebe siedler ich habe erst die und ich jetzt gerade sequenz 8 das heißt 44 doch fünf sequenzen kommen jetzt noch hallo leute ja was los großer prudenz nachtkerze nachtkerze was keine mehr frage löst der tausende der der hund war die ganze zeit neben dir und der ruft hier junge ach warte mal ist nicht der der farmer den wir gerettet haben ist der nicht und hund komm mal her und und die bei fuß aber junge aber junge so weit wie viel brauchen wir einundvierzig ja das schaffen wir dann kommt aber gut mit dafür dass er kinder assassin ist und hier oben die ist bestimmt tot ach ja hier analysieren mal gucken was sie da haben wir brauchen gehen und wir benutzen nein auf keinen fall aufteilen das ist immer eine ganz schlechte idee das war doch ich konnte das noch mal irgendwie so aktivieren so kleiner stück und kleiner stück von hier ruhe hier sie schnackt immer so hier haben wir noch was blumenbeutel beutel ein bär auch du scheiße komm her mein lieber das war es schon und der bär hat ja nichts drauf auf danke vielmals vielen dank ich mag gar nicht daran denken was ohne deine hilfe passiert wäre ich habe dort nachtkerzen entdeckt und ich stückte sich der bär auf mich warum sammelst du nachtkerzen naja warren und ich probieren schon sehr lange ein kind zu bekommen ich habe gelesen dass nachtkerzen gut für die fruchtbarkeit sind prudent bist du wohl auch liebling es wird wieder dank ich danke dir wieder mal bitte habe ich hier eingemacht war einfach rede war doch nicht der rede wert aber ich dachte der bär macht jetzt viel mehr action hier und bärenkampf von aller feinsten was passiert der gemüse und andere landschaftsprodukte stehen nun ist jetzt dadurch jetzt einfach die farm vergrößert worden oder was sieht so aus war aber kann ich jetzt hier eigentlich bei denen einkaufen oder sowas ich würde mal schon gerne wissen ob ich irgendwo einkaufen kann ja doch hier kann ich einkaufen oder hallo 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 ist etwas nicht in ordnung hallo hallo das ist gut aber wenigstens leben wir hier in frieden hallo ich muss ich muss vielleicht niesen aber ich will nicht niesen so da haben wir das geschafft und gehen jetzt auf zur richtigen mission ich dachte jetzt passiert hier irgendwas tut irgendwie das den neuen bekommen oder soweit ich würde auch mal gerne wieder mit der akila so ein bisschen fahren aber gucke ich mich mal ein bisschen um nächstes mal auf zum grenzladen 0 jetzt was ist das hat ein bisschen komisch aus wirklicher grenzlad reisen ja es kommt ja gleich die mission wo wir nach new york fahren da bin ich gespannt wie sie das jetzt in dieser zeit gemacht haben er kennt ja in new york mit der freiheitsstatue und wie gespannt wie sie das hier haben im spiel john star bekanntheitsgrad 1 gegner können sie entdecken ich würde gerne mal ich würde irgendwie gerne wieder einkaufen ich hab gar nicht nischt ich gehe mal kurz gucken ob wir irgendwo was haben wir hier lieferauftrag kuriermission muss ich muss wieso nach boston in new york müssen boston hier fort bis befreit hafenmeister new york hatte mal ich gehe mal kurz was gucken ob ich in boston irgendwo einkaufen kann weil sonst habe ich ja gar keine pfeile wo ich muss die herstellen lassen oder so hat da habe ich mich mal irgendwie ein bisschen erkundigen im internet wo ich da irgendwas machen kann oder so wird weil normalerweise ist es ja so dass du im jenen assassin's creed part hast du hast du hast du halten ja so ein plan was das was ist das denn oh wie was oh wie geil ist das denn ich kann mir kanonen kaufen oh wie ich kann ich kann mein boot mein schiff mein boot ich kann mein schiff verbessern oh das ist geil das ist cool sofort ja ja was kann ich noch kaufen aufgetakelt hagel ladung was das die als da als munition verschossen wird beim auf abfeiern entschied eine tödliche schrot ähnliche ladung die alles in stück gereist mast segel und blablabla klar ach so habe ich gar nicht keine kunde dafür spitzgeschoss mit einem mit dieser verbesserung können die drehbassen eine durchstärkte munition verschießen durch das profil bewegt sich diese munition schneller und richtig größeren schaden ein verstärkter metallsporn der am bug des schiffes angebracht wird und großen schaden anrichtet wenn andere schiffe damit geraten kritischer punkt des rumpfes werden mit zusätzlichen balken versteckt das kann ich mir nicht leisten okay dann holen wir den rammsporn der sieht cool aus so haben wir den verstärkt ich wusste gar nicht dass wir sein schiff verstärken kann es ist cool so freund kumpel ich stehe jetzt auf den tisch und du sagst mir jetzt wo ich hin kann was ist das denn was das die hände sonn in nöten brennende dämmerung risiko faktor der rute 80 prozent die jagd hier ist new york und hier ist boston devonport siedlung was ist das denn hier risikofaktor der wo es ist hin suchen nach der sommer set ein hilferuf brennende dämmerung fort wolkott also vollkotze und die jagd das gucken wir uns beim nächsten mal an leute welche gucken was das hier und wir fahren jetzt nach boston und gucken ob wir da irgendwas kaufen können so naja ich guck mal bin ich mache das offscreen und dann werde ich ein bisschen meine pfeile aufstücken und so ein bisschen was anderes gucken vielleicht finden wir noch welche anderen sachen gut leute ich sage dankeschön und auf wiedersehen schaut auch nächstes mal wieder rein wenn etwas spenden muss sein dann heißt es kanal an dann seid ihr mit dabei die show muss weitergehen auf wiedersehen tschüss macht's gut bis zum nächsten mal wiedersehen